Sie hat es wirklich sehr gut gemacht. Sie haben uns sehr hoch gepresst, auch hohes Risiko eingegangen, sagen wir mal. Es ist lange Zeit aufgegangen für sie und darum für uns sehr schwierig gewesen. Aber ich glaube auch vor allem darum ein sehr wichtiger Sieg. Das ist das Entscheidende, das brauchen wir. Vor allem mit diesen Situationen, dass wir einen guten Start auch wieder haben in der Rückrunde. So haben wir uns das vorgestellt von Christodal. Es hat mich einfach sehr gefreut, wieder 90 Minuten spielen zu können. Es fühlt sich einfach sehr gut an, wieder zu viel am Montag zu sein. Sonst hätten wir die Glückwunnen. Es war vielleicht vielleicht nicht die beste Leistung, die FC Basel in dieser Saison. Aber es hat sich auch so schwierig gemacht heute gegen den FC Thun. Der FC Thun hat sicher auch die Leistung abgeliefert. Es ist so, dass es hier schwer wird. Aber schlussendlich können wir unsere Chancen besser genützen und darum haben wir es gewonnen.